Hallo, hier ist wieder Jess und ich dachte mir, ich mache noch ein Video zu dem Thema Namensfindung, wie ich denn zu meinem Namen gekommen bin. Und, ich glaube, es wird jetzt gar nicht so ein langes Video, relativ kurz. Ähm, es ist eigentlich relativ lustig, weil, wo ich jünger war, ach keine Ahnung, so 7. Klasse oder so, und da habe ich mir so gedacht, ja, wie würde mein Name sich eigentlich anhören, wenn ich da irgendwie, wenn ich ein Kerl wäre. Das könnte ich mir auch noch für einen Namen geben, aber, ja, wie würde sie sich so anhören, das könnte man dann aus dem Namen so machen. Und dann bin ich auch, hab ich mir ein Blatt Papier genommen, hab da irgendwo rumgekritzelt und so weiter und so fort, und dann, äh, ja, kam da irgendwie Jess raus. Und den Namen habe ich dann auch die ganze Zeit so irgendwie immer beibehalten. Und was halt das Schöne ist, äh, ja, der Name, den ich jetzt habe, also Jess, ist wirklich zurückzuführen auf meinen alten Namen, was doch irgendwie ziemlich interessant ist. Ähm, und, genau, äh, es ist irgendwie amerikanisch, und es kommt eigentlich von Jasmine. Und es ist, ja, kann man auf meinen alten Namen zurückgreifen, aber Jess ist ein neutraler Name und den kann man halt für Jungen und Mädchen hernehmen. Nur ist es so, dass man halt, ich brauche noch einen zweiten Namen, einen Doppelnamen halt, und da muss ich halt noch überlegen. Ich habe auch Jess Brandon überlegt, das könnte ganz gut sein, weil ich will irgendwie, dass der zweite Name auch irgendwie amerikanisch wird. Da muss man schauen, ob das irgendwie passt, ähm, vom Namen her und so weiter und so fort. Und ich finde meinen Namen ziemlich cool, weil nicht jeder Jess heißt, ne. Und, äh, ja. Ich meine, das ist jetzt echt, ne, ich will diesen Klingelton sagen. Äh, ja. Genau. Weißt du, der, ein Teil heißt Kevin, ein Teil heißt Tom. Na, ich will ja nix gegen die Namen sagen, ne. Aber es heißt halt nicht jeder Jess, genau. Ich glaube nicht jeder Matthew heißt oder so. Genau. Und das finde ich halt ziemlich cool und eigentlich bin ich so durch diese komische Geschichte zu meinen Namen gekommen und, ja. Es war jetzt ein kurzes Video und, äh, ich würde mal sagen, jetzt ist dann die Sommerpause vorbei und, ja. Wir sehen uns dann, denke ich, bei der nächsten Vertretung. Und, adios und auf Wiedersehen. Ich geh malin.